Ich lerne Deutsch. Nummer 15740 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wenn du etwas erreichen möchtest, musst du dich auf deine Ziele konzentrieren. Die positive Entwicklung des Kindes macht die Eltern stolz. Die Stewardess im Flugzeug ist sehr hilfsbereit und serviert uns Kaffee mit laktosefreier Milch. Die Stewardess im Flugzeug ist sehr hilfsbereit und serviert uns Kaffee mit laktosefreier Milch. Wir werden eine Arbeitsgruppe bilden, um das Projekt schneller voranzubringen. Dann verteilen wir die Aufgaben und legen los. Wir werden eine Arbeitsgruppe bilden, um das Projekt schneller voranzubringen. Dann verteilen wir die Aufgaben und legen los. Willst du mal probieren? Wie schmeckt es dir? Ich habe es selbst gemacht. Willst du mal probieren? Ich habe es selbst gemacht. In unsere Praxis kommen viele kleine Kinder, sie sollen sich bei uns wohlfühlen. Mein Hund und ich sitzen an einem Holztisch im Garten. Mein Hund und ich sitzen an einem Holztisch im Garten. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Willst du mal probieren? Willst du mal probieren? Willst du mal probieren? Willst du mal probieren? Und dann steigern seinen개�aines in den Augen. Willst du mal probieren?